Hallo zusammen, ich bin Gilles Büttler und lehrer Polymechaniker. Die drei Wörter, die den Beruf als Polymechaniker beschreiben, sind Technik, Präzision und Handwerk. Als Polymechaniker stelle ich Teile aus Metall und Kunststoff herzustellen. Dabei fasziniert mich vor allem das Zusammenspiel zwischen Mensch und Maschine. Als erstes stelle ich mein Werkstück in einem CAD-Programm am Computer programmieren. Hier ist ein gutes Vorstellungsvermögen sehr wichtig. Als Polymechaniker trägt man sehr viele verschiedene Arbeitsgeräte und Hilfsmittel. Vom PC über die CNC-Maschine und die G-Player ist alles dabei. Bist ja du handwerklich geschickt, willst du mal so richtig spendeln oder ein cooles Tier herstellen, dann lohnt es sich der Polymechaniker, das Wiscals genauer anzuschauen.